Ach, das wunderschöne Häuschen Seeblick. Ich muss das mal fertig bauen hier. Huch, was ist das denn? Huch. Hä? Was zur Hölle? Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ich hab keine Wölz mehr? Ehrlich? Na gut, warte mal. Das ist das Buch, ne? Das Buch ist irgendwie extrem langgezogen hier. Was zur Hölle? Warum? Warte mal. Was? Scheiße. Keine Physik. Einrichtung kaufen. Veränderung. Harte, Pferd, Kuh. Nee. Warum hab ich eigentlich beim anderen Haus keinen Baden? Jetzt mal ehrlich. Ich brauch Baumaterial. Äh, Holz. Noch mehr Holz. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich werde... Braucht ihr sonst noch etwas? So, ich brauch hier mal ganz kurz. Scheiße. Der Wut im Garten und Tiergehege. Was soll's. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, meint Hane. Äh, Erfinderung? Selbstverständlich. Woran hat... Es wäre schön, etwas Musik im Haus zu... Selbstverständlich. Ich schlage vor, ihr baut zuerst... Selbstver... Ich halte die Augen nach einer... Selbstver... Ich werde mich sofort darum kümmern. Da ist der Stall. Alles gut. Alles gut. Eisenbeschläge und Co. kann ich gar nicht machen. Ich hab gar keinen... Ich hab keinen Eisen und sowas dabei. Nee, nix dabei. Würde ich jetzt auch nicht machen. Ich wollte nur ganz kurz... Ja, ich wollte nur ganz kurz vorbeigucken. So. Kutscha. Gunja, ich muss nach... Kann der auch nach Drachenbrücke? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Die Reifelsenhöhle. Sirana und Barbers sind... Nicht da, aber es ist egal. Wir müssen da rein. Und die Axt holen. Ich halte es allerdings nicht für klug, ihm die Axt zu geben. Es muss irgendeinen Grund haben, warum es er haben will. Barbers. Ich hab das Gefühl, er erzählt mir nicht die ganze Geschichte. Was ist... Achso, so ein Forsterkroner. Ich hab schon gedacht, was ist das denn schon wieder von Vieh? Hier ist die Luft warm. Na, ein Glück. Ist das nur der Forster drunter? Tolle Kollision. Wieso haben Frostatome alten Seelen? Sebastian Lord, da ist er ja. Das ist tatsächlich... Was? Hätte ich nicht sogar mit ihm reden können, theoretisch? Ich weiß noch, wie man kämpft. Ach. Ja, ich mein' ja nur. Sebastian Lord, Monik war aber Orkischer durch. Weil... Er war hier jetzt eigentlich kein schlechter Mensch. Ja gut, er hat seine Tochter getötet, weil sie ein Wehrwolf war, nehme ich mal an. Das ist diese blöde Axt. Jetzt darf ich nochmal zurücklaufen. Oh Gott. Und sowas hasse ich an Skyrim, ganz ehrlich. Das ist das, was ich am meisten hasse an Skyrim. Dass es Quest gibt, die einen vom einen Ende der Welt zum anderen Ende schicken. Und dann muss man wieder zurück. Schläge ignorieren 25% der Rüstung des Ziels und haben eine 10%ige Chance auf einen kritischen Schlag. Das ist schon eine geil-designte Axt, muss man ehrlich sagen. Die sieht schon geil aus. Zwei Toten oder zwei Wolfsköpfe. Ist das ein... Was ist das? Ein Totenstil? Nee, das ist ein Tollkirchstil, oder? Drosselei. So. Kann ich sie entzaubern? Ich soll sie eigentlich zurückbringen, aber kann ich sie entzaubern? Nein, das geht nicht. Nein, nein. Hätte mich jetzt auch stark verwundert. 2920 Hertz vor der Band 9. Das habe ich schon. Vielleicht. Warte mal reingucken. Jo, kenne ich schon. Apfelkuchen, Fass. Geldbeutel. Haben wir hier irgendwie was Interessantes? Interessantes, Interessantes. Mythen. Jetzt barbers, hör auf, mit mir reinzulaufen. Das ist ja voll nervig. Das ist das Hässlichste. Das ist das Nervigste an Hunden. Nicht das Bellen, also das Bellen auch, aber das Reinlaufen. Dass die einem ständig reinlaufen, die blöden Hunde. Das ist das Nervigste. Elseen zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Würde ich theoretisch auch benutzen als so. Ersatz für Questmarker. Aber dafür muss ich den Zauberer... Äh, muss ich den Questmarker aktivieren. Das ist blöd. Und wenn ich Questmarker aktiviert habe, dann habe ich sowieso, dann weiß ich wieso schon, wie ich durchlangen muss. Ja gut, das war Sebastian Lord. Die Axt würde ich gerne behalten. Die Axt ist nicht das Einzige, was der gute alte Klavikus besitzt. Gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind, gehört die Maske von Klavikus wiele euch. Äh. Und was bringt mir die? Was habe ich davon? Die müsste ich dann tragen, das wäre ein Helm. Ich trage ein DRD, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ätherische Krone, selbst geschmiedet. Ich bezweifle, dass da eure komische Maske es damit aufnehmen kann. Allein von den magischen Fähigkeiten. Hat also seine Zochter getötet, der gute Sebastian Lord. Nehme ich mal an. Und ist dann, hat sich dann hier ins Exil begeben. Das Talburg-Gefängnis, Burg Wolkihaar. Ich hätte das nicht verlassen. Sag mal, Serana, wieso baut ihr eure Burg eigentlich nicht wieder auf? So viele schlechte Erinnerungen. Ja. Ich vergesse die ganze Zeit. Ich vergesse immer, dass ich Ava habe. Ich vergesse immer, dass ich Ava habe. Also auf, zurück. Zu dieser blöden Schande. Welche Schande. Ich bin ehrlich gesagt, wieder kurz davor, Schnellreise zu machen. Ganz ehrlich. Einfach, weil ich müsste jetzt nicht nach Drachenbrücke, sondern ich müsste jetzt nach Einsamkeit. Das ist doch voll kacke. Ich müsste jetzt nach Einsamkeit. Von Einsamkeit müsste ich dann nach, ähm, ja, zum Beispiel Falkenring. Oder Riffton. Von Riffton. Beziehungsweise Falkenring müsste ich dann wieder zu Hermas Schande. Oder ich reite kurz zu meinem Haus bei Mortal. Das ist ja... Naja, das ist auf der anderen Seite des Frustes, ne? Was ist da hinten? Unter Einsamkeit. Und dann von da aus zum Haus Seeblick oder nach Iverstead. Iverstead wäre sogar näher dran. Und dann von Iverstead zu Hermas Schande. Das ist eigentlich geil. Immer diese Reisen. Das jetzt nur für eine einzige blöde Axt. 3 Uhr 28 nachts. Kann ich auch eigentlich wieder in den Ausgang? Ich meine, das ist ja der Eingang. Wo war denn Hermas Schande? Ich erinnere mich. Das war ja der Eingang. Wo wäre denn der Ausgang? Der wäre doch... Wo wäre der denn? Da oben, oder? Oder da oben? Irgendwo da oben wäre der doch, oder? Der wäre doch... Wo hätte denn der Ausgang? Zu Hermas Schande. Zumal der Schande weiß ich gar nicht, wo der ist. Scheiße, wo wäre der denn? Muss doch nicht auf dem Kartenkarten sein, oder? Ach, siehste. Achso. Ist nicht... Achso. Da ist der Eingang. Der Ausgang ist da vorne irgendwo. Da oben drauf wahrscheinlich nicht, oder? Weil dann speich ich mir den Weg durch die... Durch die Höhle. Ist bestimmt da oben, oder? Genau so, dass ich nicht hin kann. Oder bin ich schon drüber? Er ist der Karten markiert. Hier war es kein Fahnen. Verschlossen. Ach nee, das ist Schande, dass es genau das hier ist. Der Eingang, da geht es durch. Und dann geht es hier in die Schande. Hier wird doch der Ausgang da oben drauf. Auf dem der hat es der Ausgang. Da. Ha! Einfach durch den Ausgang wieder rein. So, Glavikos. Ich habe eure blöde Axt dabei. Die ist gar nicht mal so toll. Die ist zwar nett designt, aber so toll ist sie gar nicht. Was musst du sagen, Barbas? Nein. Ich habe eure blöde Axt dabei. Ihr habt die Axt. Und meinen Hund? Großartig. Hier sind wir wieder. Jetzt liegt es an euch, euren Teil der Abmachung einzuhalten. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Worauf wollt ihr hin? Aber es ist fast zu schade. Soll ich eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Ja, klar. Was soll ich damit? Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. Nein. Ihr könnt Barbas und die Axt behalten. Was soll ich damit? Kann ich das Gespräch verlassen und mit Barbas drüber reden? Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Tja. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Ja, das ist das Problem. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, ja. Hund findet Harchen. Harchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, clever. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht zeigt. Ich habe euch vertraut. Jetzt vertraut ihr mir. Ah, sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so langweiliges gewünscht habt und ich den Kläffer wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht sollte die in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte. Oh, gut. Nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. Juhu. Na, Barbas, bist du froh? Hm, na ja. Der Teufel. Deal with the Devil. So ist das. Also, ja, Klavicus Wile ist ja gleichzusetzen ungefähr mit dem Teufel. Also, dieses, äh, ich mach nen Angel, man geht nen Deal mit nem Teufel ein und es kommt immer etwas anderes dabei heraus, was man sich gewünscht hätte. Habt man ja schon öfter gesehen, jetzt die Vampire, die ihren Vampirismus heilen sollten, ja, sind gestorben. Der Herr, der seine Tochter vom Lykantrophie heilen wollte, musste sie töten. Bzw. hat Naxx bekommen, um sie davon zu befreien. Ähm. Und Barbas war immer so ein bisschen das kleine Engelchen, oder ist, glaube ich, in der Geschichte, in der Hintergrundgeschichte von Anders Kurs immer das kleine Engelchen auf der Schulter des Teufels. Also, das Gewissen quasi, der ein bisschen zurückhält. So ein bisschen. Ein riesiger Mond. Dann nach... Ach, ich muss ja noch die Maske angucken. Was kann die denn eigentlich? Hab jetzt gar nicht drauf geachtet, weil die eigentlich... Genau. Da ist sie, die Klavikus... Die macht, äh, die Maske von Klavikusfide. Um 20% bessere Preise. Plus 10 auf Redekunst. Magiker renniert sich 25% schneller. Ja. 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 Ist nett. Aber jetzt verglichen mit der, mit dem ätherischen Krone, einfach schlecht. Ich kann ja leider nicht die ätherische Krone untersagieren. Darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich, ich muss hier Wache schieben. Freut euch doch. Drachen ist nicht zu spaßen. Vor allem in letzter Zeit, nachdem Alduin gestorben sind, ist... Ich hab das Gefühl, sie haben sich zurückgehalten, bevor Alduin gestorben ist. Vielleicht nicht, um seine Wut auf sich zu ziehen. Wenn er hier zu Alduin weg ist. Sind sie irgendwie mächtiger geworden. Ihr da, Reisender. Ihr drüben. Wächter von Stendr. In Anführungszeichen. Ja, ja. Ja, ja. Das kommt nicht in Frage. Doch, genau das wird geschieht. Wo ist er? Ich hab gedacht, er flieht. Hier ist ja noch irgendwas. Wächter von Stendr. Denken die wirklich ich fall noch auf die alten Witze, auf die alten Tricks rein? Es muss irgendwo ein Versammlungsort von, ähm, von Vampiren geben, wo sie sich die ganzen Tricks ausdenken. Ganz ehrlich. Muss es irgendwo geben. Das ist ein guter Plan, Stendr. Das machen wir. Wir überfallen Wächter von Stendr und verkleiden uns als sie. Setzt uns dann direkt neben die, neben die Leichen. Und locken so Reisender an. Das ist ein guter Plan. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich mir den ja auch rausgedacht. Der kommt ja auch von mir. So ungefähr muss das ablaufen. Und das sind dann irgendwie 100 Vampire oder sowas. Oder ein paar Vampire und die gehen dann zu einem Vampirlager zum nächsten und sagen, Stan hatte diesen super Einfall. Ja, genau. Ich hatte den tollen Einfall. Los, was hörens denn? Boah, das ist ein genialer Einfall. Und das geht an den ganzen Tag so weiter, bis alle Vampire in ganz Himmelsrand von dem Plan Wind gekriegt haben. Oh, Gott. Wo ist mein Pfeil? Hä? Wo ist mein Pfeil? Ich war doch gerade irgendwo irgendwo. Ach, scheiß drauf. Wo ist der Bär? Ach, nicht schon wieder. Jetzt geht euch mal abkühlen. Gehen wir jetzt nach Rifthorn rein? Holen wir uns ein Bett für die Nacht? Nee, komm, wir gehen nach dem. Wir gehen erst zur Festung Dämmerwacht. Geben die Kacke bei Gunmar ab. Dann haben wir uns endlich erledigt. Dann können wir auch gleich die ältesten Schrift rollen an den Visa Dixion. Doxion Dixion. Dann den Mordbreds da verkaufen. Dann sind wir die auch endlich los. Die verbrauchen nämlich Inventarplatz. Auch wenn es Questgegenstände sind. Und dann ist Daxion, oder? Und dann geht's nach Rifthorn. Dann wahrscheinlich Diebesgilde erst mal. Denn ich glaube, ich war der Dunkle Bruderschaft. Das ist eigentlich mehr anders und besser. Ich muss ja bei beiden irgendwie schleichen. Aber bei der Diebesgilde ist Schleichen wichtiger. Bei der Diebesgilde ist Schleichen wichtiger als bei der Dunklen Bruderschaft, oder? Müsste ich mir allerdings noch einen guten Grund ausgeben, warum ich Krälo die Gütige ausmerzen will. Weil, oh, ich will der Dunkle Bruderschaft beitreten ist ja irgendwie Quatsch, weil unser Charakter kann ja gar nicht wissen, dass man danach dann der Dunkle Bruderschaft beitreten kann. Das ist ja einfach nur Aventus Arantino hat uns gefuckt. Schon wieder die Wächter von Stander. Was ist denn los mit euch? Ah ja, das passiert übrigens, wenn mehr als vier Lichtquellen im Bild sind bei Skyrim. Da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine und da ist eine. Fünf. Eine Fackel von denen ist zu viel und deswegen wirft die verpacktes Licht. Und da sind nochmal zwei. Ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Nee, wieder nicht. GUNMAR. Weh, was? Hallo? GUNMAR. Hallo, jetzt geht doch nicht wieder schlafen. Meister der Nacht in Forgottenheit Out wurde vernichtet. Sehr gut. Obwohl ich befürchte, dass da, wo er herkam, noch mehr sein wird. Wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Uns auszuruhen heißt es. Ihr wisst so viel wie ich. Ich kann euch nichts Neues beibringen. So ein Scheiß. Na gut. Viel Glück. Ach, da ist er ja. Der Dexion, da ist er ja. So, ich habe ich schon die ganze Zeit besucht. Einmal mehr haben die Schriftrollen der Alten ihren unschätzbaren Wert bewiesen. Die Schriftrollen der Alten haben mir gute Dienste geleistet, Dexion. Natürlich haben sie das. Daran habe ich nie gezweifelt. Was werdet ihr jetzt damit machen, wenn ich fragen darf? Sie sind dazu bestimmt, mir Ruhm und Ehre zu erbringen. Sie sind unzerstörbar, also könnte man eine gute Rüstung daraus herstellen. Theoretisch schon, ja, aber das wäre eine totale Verschwindung. Sie sind dazu bestimmt, mir Ruhm und Ehre zu bringen. Sind sie das? Sind sie das? Also, werde ich damit durch die Straßen laufen und sagen, seht her, Leute, ich habe Schriftrollen der Alten. Sind sie das? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Nein? Nun, ich habe es mir gründlich überlegt. Ich nehme diese Schriftrollen sehr gerne. Eines Tages könnte ich in der Lage sein, sie an ihren rechtmäßigen Platz in der Kaiserstadt zurückzubringen. Was haltet ihr davon, sie mir zu überreichen? 6.000 Gold gibt er mir. Wem habe ich denn die andere Schriftrolle gegeben? Da gab es eine mit Alduin. Wem habe ich die gegeben? Ich glaube, Esbern, glaube ich. Nee, nicht Esbern, sondern Arngeier, glaube ich. Wie viel hat der mir dafür bezahlt? Ich glaube, 30.000 oder so oder 10.000. Keine Ahnung. Ich werde sie erst mal walten. Ah ja, ich verstehe. Nun, wenn ihr eure Meinung ändert, lasst es mich bitte wissen. Seid ihr immer noch an den Schriftrollen der Alteninstellte? Ich habe jetzt gedacht, ich könnte doch mal die anderen Antwortmöglichkeiten sagen. Ja, natürlich. Seid ihr gewillt, sie mir zu überlassen? Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann sie nicht ablegen. Ich kann sie nicht verkaufen. Ich kann sie nicht... Ich kann damit nichts anfangen. Die müllen mir das Inventar zu. 6.000 Goldstücke und sie gehören euch. Ja. Ich könnte sie gerne haben. Bitte schön. Entweder gar kein Gold oder 6.000. Also kostenlos gebe ich die nicht her. Die sind wertvoll. Und 6.000 ist eigentlich viel zu wenig dafür. Oh, das ist... Nun, das ist nicht genau das, woran ich gedacht habe. Aber wenn das bedeutet, dass sie sicher sind, dann ist es das wert. Das war mit Sicherheit ein großes Abenteuer, nicht wahr? Hm, na ja. 6.000 Gold ist ziemlich wenig für eine Schriftrollen der Alten. Die sind eigentlich unbezahlbar. Naja. So. Jetzt kann ich hier nirgendwo schlafen. Auch oben nicht, ne? Oben ist ja nur ein einziges Bett und das gehört ja... Jetzt habe ich schon wieder den Namen von ihm vergessen. Isran. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Hm. Wo kann ich die glauben? Der hat einen lustigen Akzent. Hoppe! Huch! Ach, guck mal, noch ein Bett. Ist das hier mein Gemach? Noch ein Bett. Na gut, Serana, dann wollen wir uns mal... Also es ist ja ein Doppelbett, da können wir uns gemeinsam reinlegen. Wohl schläft Serana? Die haben Särge. Schlafen gibt es Vampire? Ich glaube nicht, ne? Ja, schleichen zwei von fünf. Na, aber ich bin nicht 25% schneller. Obwohl, das hier ist eigentlich noch besser. Das Geräusch, das Rüstung verursacht, ist um... äh, verursachen ist um 50% leiser, weil ich dadurch, dass ich ja eine schwere Rüstung trage, das ist es wahrscheinlich, was mich am meisten... also was am meisten dafür sorgt, dass ich entdeckt werde. Die schwere Rüstung. Aber ich laviere jetzt erst mal das hier. Dein bisschen Blut verhindert einen der Hose am Schlaf. Essen. Kohleintopf mit Apfel. Das ist immer satt. Uh, wer hat das hier gewusstet? Na ja. Und dann geht's zurück nach Rifton. Falls ich das rausschneide. Ich hab hier ein bisschen Power-Leveling betrieben. Ja, ich hab mit... Nachdem ich mit Gunmar gesprochen habe und die Quest abgeliefert habe, hab ich gesagt, ich kaufe haufenweise Leder von ihm und alle möglichen leichten Rüstungen. Hab die dann zu Leder verarbeitet, das Leder zu Lederstreifen, und hab dann den ganzen Schmuck aus den ganzen Diademen entfernt, die ich dabei hatte. Es gäbe da hinten noch eine Höhle, die ich durchrücken wollte, ne? Eine einzige Höhle gäbe es ja noch. Nein, egal. Und so hab ich Schmieden dann innerhalb von ein paar Minuten auf 73 hochgebracht. Also ich war bei 100, ne? Ich hab's zurückgesetzt auf 15 und hab's auf 73 hochgebracht. Und dadurch bin ich Stufe 69 geworden. Fast schon 70 jetzt. Es ist so brutal, wie schnell ich Schmieden level. Und das gleiche mach ich jetzt in Rifthorn nochmal. Also in Rifthorn werd ich das nochmal auf 100 bringen, zurücksetzen und weiter Schmieden leveln. Einfach wegen den Fähigkeitspunkten, die ich durchs Leveln bekomme. Es ist so brutal. Es ist Power-Level, ganz klar. Es ist Power-Level. Und man könnte es auch als Boosten bezeichnen, dass ich das irgendwie muss, aber ich nutze eigentlich nur aus, dass ich extrem schnell Schmieden leveln. Ich hab ja diese verpackte Fähigkeit mit dem Zwergending da. Dass ich irgendwie 15% schneller level mit dem Schmieden und dann noch irgendwie... Dann hab ich ja noch den Liebesstein oder den Liebenden Stein mit dem... Ja? Mit dem 15% schneller. Also ich level einfach verdammt schnell Schmieden. Und klar, das nutze ich aus. Dadurch, dass ich das zurücksetzen kann. Das Power-Level? Ganz klar. Aber warum nicht? Warum soll ich mich zurückhalten, wenn mir das Spiel die Möglichkeit gibt, das zu tun? Ohne zu cheaten. Weil ich cheate ja nicht wirklich. Ich kaufe mir einfach nur Waren und verarbeite die weiter. Und kaufe mir noch mehr Waren und verarbeite die weiter. Es ist ja nicht so, wie wenn man Schleichen boosten würde, dass man sich in irgendeine Taverne setzt, äh... sich hinschleicht und dann die ganze Zeit so gegen eine Wand läuft. Ohne entdeckt zu werden. Serana, ihr müsst nicht mich abschießen. So ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich... Stiefen kann ich... Stiefen kann ich verarbeiten. Oder dass ich, äh... auf irgendeinen Begleiter schieße oder einen Zauber wirke und ausnutze, dass die kein... dass die nicht feindselig werden. Oder auf irgendeinen unbesiegbaren Gegner der... äh... NPC, der niemals feindselig wird, irgendwie angreife. Das ist cheaten. Aber auszunutzen, dass man schnell Schmieden levelt, das ist ganz klar Power-leveln. Aber nicht wirklich cheaten in meinen Augen. Also es ist ausnutzen, dass das Spiel einem die Möglichkeit gibt, zu schnell zu leveln. Was soll ich sonst mit meinem Gold machen? Ganz ehrlich. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, aber wahrscheinlich nicht viel anders, oder? Ich bin ja eigentlich kein... Also ich bin ja kein Freund von Boosten, aber ich seh das nicht wirklich als Boosten an, weil ich... Ich schmiede ja nur. Ich schmiede ja nur. Ich mach ja nicht irgendwie was Besonderes. Ich sag ja nicht, oh, ich schmiede jetzt tausend... tausend... Eisendolche, beispielsweise. Sondern ich kauf mir Leder und verarbeite das Leder weiter. Mehr mach ich nicht. Ah ja, und kauf mir Diadem und so weiter und nehm den Schmuck raus. Huch, was macht der Treue hier? Ach, Ruckelrifton, ich hab's ja misst. Ne? Ein Dieb. Aha, ein Dieb. Hm. Ah ja. Ihr wart ein guter... Wollt wohl sehen, wie Balim und wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hm? Äh, ne. Was habt ihr im Angebot? Die besten Waffen und Rüstung. Ne, ich bin ja... Ich bin nicht in eurem besten Waffen und Rüstung interessiert. Ich will nur euer Leder. Ich will nur euer Leder. Habt ihr noch irgendwann... Ich hab doch Rüstung auch. Ähm... Das heißt, ich werde hier jetzt wieder haufenweise... Äh... Sachen schmieden, ne? Ja, ja. Hier, Eisenpfeile. Könnte ich 50 von kaufen. Dann zu einem Eisenbarren weiterverarbeiten. Es ist nicht wirklich cheatend, weil ich geb ja tatsächlich Geld dafür aus. Ja, mehr haben wir doch nicht, ne? Jo. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch versöhnen. Was ist das jetzt wieder? Lasst mal sehen. Von einem Freund? Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Was? Ach, und mein Bein. Das war's dann wohl. Ich muss los. Hä? Was führt euch heute zu Baden-Mond? Eine Reparatur? Wollt ihr etwas kaufen? Wir sind da schon wieder gestorben. Testament. Im Namen von Jarlayla Rechtssprecher haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Gulasorb zu informieren. Gulasorb hat euch von ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Wer zur Hölle ist Gulasorb? Und wer ist Layla Rechtssprecher? Und das ist Rifton. Wer ist Gulasorb? Lass mich googeln. Wer ist Gulasorb? Moment. Geht ganz schnell. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer im Höhen von 10 Goldstücken. Oh, toll. Das heißt, ich kriege nur noch 9. 10% der Erbschaft nehmen sie. Toll. 10%. Arschloch. Wer zur Hölle ist Gulasorb? Jetzt ist Gulasorb. Die übrige Summe wurde in einem vertrauensvollen Kurier zu überbringen gegeben. Auch wenn der Hof des Jarlan diesen Tod an diesem Tag gemeinsam mit euch trauert. Gulasorb ist ein Ork-Krieger in... Warte. In einer der Ork-Festungen in Rifton. Wie ist der denn gestorben? Gulasorb ist ein Ork-Krieger in Lager-Spur im Rift. Warte, ist das nicht der neue? Das ist der neue Häuptling von denen. Lager-Spur war das mit dem Häuptling, der schwach war. Und dann wurden sie von Riesen angegriffen als Strafe von Malakad. Wir haben ihnen dann geholfen. Er wollte, dass wir den Riesen töten für ihn. Wir haben gesagt, nein. Dann wurde er von dem Riesen getötet und, äh... Wie ist er jetzt nochmal? Gulasorb wurde als neue Häuptling ernannt. Wieso ist der jetzt tot? Wie ist der denn gestorben? Was? Halt, die Testamente wollte ich behalten. Als Erinnerung. Damit ich immer weiß, welcher MPC gestorben ist. Der Geruch einer weißglühenden Klinge ist etwas ganz Besonderes, oder? Ja, das muss ich auch.